Komm ich da wieder zurück? Ja, komm ich. Okay, sehr gut. Bringt mir aber noch nix. Da oben wird's lang gehen. Da müsste ich... Wo ist das Ding denn dran? Hier. Ist nicht so einfach, ey. Ist gar nicht so einfach. Ist eigentlich leichter mir ausgedacht. Ich muss doch irgendwie... Bin ich denn jetzt... Ich guck mal eben. Nicht denn jetzt, da wo ich hin will. Ah jo. Ich bin fast wieder an der richtigen Stelle. Ich bin fast da. Jetzt ist nur die Frage, wie ich irgendwo weiterkomme. Und wenn die Frage, wo komme ich weiter? Muss ich da oben hin? Ne, da kam ich her. Da muss ich nie lang. Das wäre ja dämlich. Aber ich kann vielleicht von dem Seil aus hier dran springen. Das würde eventuell gehen. Moment. Wenn ich mir die ganze Müller sparen könnte. Ich komme ja nicht wieder zurück an das Ding. Ah, ich bin ja da runtergerutscht. Äh, ätzend. Wann mache ich denn das jetzt? Crap. Ah, das war auch super. Hm. Hm. Ich könnte prinzipiell hier so. Oder auch nicht. Warum nicht? Hallo? Es geht genauso wenig. Ich bin noch da. Sack mal. Joa, da passiert viel dann in dem Moment. Ah, es hilft also super. Das klappt so gar nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ich muss wahrscheinlich irgendwo da oben hoch, ne? Ich weiß nicht, ich muss irgendwie da höher kommen. Aber ich muss doch irgendwie da den normalen Weg laufen können. Ich kann nicht sagen, dass ich zurückklettern muss. Das ist ja dämlich. Zum Beispiel so. Ja, das sieht schon gleich viel besser aus. Oh, oh. Warum ist das jetzt so blass? Das finde ich gar nicht geil, wenn das so blass ist auf einmal. Das gefällt mir überhaupt nicht. Warum ist das jetzt auf einmal nicht mehr? Hey? Gibt es da gerade einer? Also ich auf jeden Fall nicht. Spick. Wie? Wie konnte das geschehen? Och, was mache ich denn hier? Das wäre jetzt wieder stumm. Das ist doof. Sagt mir, wenn ihr für den richten... Zack mal! So, geht doch. Eine Fresse. Und hier hoch. Zack. Dann dranhängen. Glaube ich. Ich kann mich nicht dranhängen. Ich kann auch klettern. Aber ich kann hier nicht dranhängen. Achso, da ist ein Ast. In dem ich mich hängen kann. Okay. Und von dem Ast komme ich dann... Ups. Darüber. Supergeil. Und komme nicht weiter. Doch, ich komme da allein. Sauber. Und von hier aus komme ich an das Seil. Boah, das ist aber kompliziert, ey. Von dem Seil komme ich hier hin. Mein Gott, das bin ich überall einmal gewesen. Alles nur um einen Meter weiter zu kommen, ey. Und wo muss ich jetzt hin? Ich verstehe gar nicht, wo der eigentliche Weg jetzt sein soll. Das ist jetzt verwirrend hier. Jetzt kann ich wieder runter. Ja, das ist schön. Jetzt bin ich wieder runtergeklettert. Auch ein Traum. Achso, ich muss da hin. Wie es aussieht. Oder nicht. Oder doch. Scheiße, habe ich jetzt irgendwie einen Unfug gemacht? Das hat jetzt nichts gebracht. Das ist jetzt auch super. Was soll denn das jetzt? Hä? Ich werde doch jetzt irgendwo da... Was? Wo muss ich denn jetzt lang? Wahrscheinlich verstehe gar nicht, wo ich hin muss. Hä? Komm ich da irgendwo rein? Muss ich wieder da oben hoch? Hä? Ich blick das gerade nicht. Bin ich zu blöd? Lacht mich wahrscheinlich schon aus, weil ich hier total irgendwas mache, was keinen Sinn mehr ergibt. Aber das Gute ist, dass ich irgendwie keine Leben mehr verliere, anscheinend. Also dieser, ne? Dieser Fluch, falls man das so nennen kann, scheint irgendwie aufgehoben zu sein. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass ich hier irgendwo hinkomme, aber... Da ist nix. Da ist nix. Da komme ich nicht durch. Das sind Steine. Das sind Steine. Von der Farb her, von der Färbung her müsste das ja passen. Ich komme da nicht dran. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich durch diesen anderen Eingang komme. Irgendwie da quasi gegenüber. Da muss ich ja irgendwie auch hinkommen können. Eigentlich. Kommt da jetzt nochmal eine? Ne. Gott sei Dank. Kommt da niemand mehr? So. Und hepp. Und hepp. Aber da war ich doch halt schon. Ach ne, ich war da oben. Muss ich jetzt da auch in die Mitte rein? Fragen über Fragen. Über Fragen über Fragen. Kann ich mich nicht einfach hier fallen lassen. War oft ganz blöd. Scheint nicht zu funktionieren. Was ist mit hier? Würde klappen, aber... Das Spiel lässt mich nicht. Danke dafür, Spiel. Wir raten. Das Seil ist natürlich nicht da. Natürlich nicht. Weil, klar. Wäre da noch zu einfach gewesen. Hier oben komme ich nicht lang. Natürlich nicht. Aber hier komme ich dran. Genau. Hier waren wir ja auch schon mal. Aber jetzt komme ich ja nur da weiter. So. So. Kann schon springen. Nochmal. So. Jetzt sind wir wieder hier. Von hier aus kann ich wieder da rüber hüpfen. Ist auch bis dahin alles klar. Dann kommt der... Der Teil, den ich nicht verstehe. Weil jetzt kann ich hier nämlich nur noch runter. Ach, warte mal. Ich bin einfach nur zu doof, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich bin echt nur zu doof. Kann ich nicht von hier aus... Nee, kann ich nicht. Kann ich eben nicht. Bin doch nicht zu doof. Ich dachte, ich komme von hier aus irgendwie anders an das Ding dran. Aber ich kann mich hier ja nicht drauf stellen. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Was soll denn das? Hier fliege ich ins jetzt nichts. Richtig. Ja, da falle ich jetzt nichts. Jetzt bin ich da unten. Ich bin da, wo ich angefangen habe. Das macht null Sinn hier. Ich hätte sich eben so abbiegen müssen, abzweigen müssen, ohne es zu merken. Ich muss an dieses Seil. Aber ich kam von da. Da kann ich nicht wieder zurück. Ich kann ja nicht wieder in die gleiche Stelle zurück müssen. Das ist ja unsinnig. Das macht ja keinen Sinn. Oder doch? Warte mal. Ich probiere mal kurz was. Ob ich das jetzt machen soll? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich wollte jetzt eigentlich nur einen alten Spielstand laden. Ich weiß gar nicht mehr, wo der letzte Speicherstand war. So, wir nehmen den letzten. Nochmal neu. Und dann kurz gucken, wo wir landen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo haben wir den letzten Mal abgespeichert. Ach. Ja. Das ist natürlich auch super jetzt. Aber der Weg war ja richtig. Weil wir nämlich jetzt direkt... Komm. Haltet ihn aus, bevor er sein Ziel erreicht. Ja, ja, komm. Lade. Keine Lust, mit ihm zu kämpfen. Och, komm schon. Ich hätte dran. Jetzt will der auch noch durch. Boah. Boah, ey, alter. Du bist auch tot. So, danke, geht doch. Darf ich jetzt endlich mal weiterspielen? Vielen Dank. Hab ich das vorhin auch gemacht? Ja, doch, hab ich. Meine ich. Seht ihr nun, wie es gemacht wird? Achso, hab ich gar nicht. Ich bin ja durch die Zeit gereist. Genau. Ich bin jetzt wieder zurückgelaufen. Ah, richtig, richtig. Ich hatte ja danach nicht nochmal gespeichert. Genau, okay. Jetzt erinnere ich mich wieder, wo ich bin. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Das macht alles wieder Sinn. Das heißt, ich reise durch die Zeit. Ja, 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 komm. Mach kein Terror. So, dann speichern wir jetzt nochmal ab, weil ich nämlich nicht mehr viel Leben habe. Ich glaube, jetzt verlieren wir nämlich kein Leben mehr, wenn wir in der Zeitzone sind. Wir verlieren, glaube ich, nur in der Gegenwart. So, speichern wir nämlich nochmal neu. Und dann kommen wir nämlich jetzt wieder dahin, wo dann gleich der Da-Hacker kommt. Richtig. Ich muss in den Thronsaal zurückkehren. Richtig. Da ist er doch. Der macht jetzt erstmal Aura. Und schmeißt uns da runter. Ist natürlich jetzt auch irgendwie ungesund eigentlich, aber na gut. Wir überleben es ja, auch wenn wir dabei fast alles an Leben verlieren. Upsala. Boah, wie wenig lehme ich nun ab. Krass. Ne, komm, das sprühen wir mal zurück. Das ist ja total albern. Okay, wir suchen mal hier nochmal ab, weil wir das schaffen. Das hat sogar funktioniert. Ich werde meine Herren nicht enttäuschen. Das hat nicht funktioniert. Doch, wärst du gut. Siehst du? Gleich doch. Los, helf mir! Upsala. Hallo. So sollte es nicht enden. So, genau. Hier sind wir nämlich angekommen jetzt. Wir sind nämlich nicht weiter gekommen als hier. Und hier war nämlich der Eingang. Genau, von hier kamen wir nämlich. Richtig. Von hier aus können wir dann nämlich nur hier lang. Was auch alles Sinn macht. Von hier dran und dann da runter. Genau. Ist auch noch alles. Immer noch richtig. Na komm, wo bleiben die anderen? Die Herrscherin wird über meinen Sieg hoch erfreut sein. Dein Sieg? Gucken wir mal, ne? Was für einen Sieg du da hast. Waren da noch mehr oder waren das alle? Bin mir nicht mehr sicher. So, wir sind wieder an der kleinen Stelle wie gerade. Okay. Und ich muss immer noch da rein. Ich müsste aber eigentlich irgendwo der hoch.